yo leute was geht ab und willkommen zu einem neuen video heute möchte ich euch zeigen wie man bei atlas eine geschenkbox bekommt oder einen tresor bekommt das ist ziemlich einfach für das braucht ihr einfach adminrechte und was ihr jetzt eingeben müsst ist admincheat gfi colorbox 1 abstand 0 abstand 0 ihr bekommt nachher so eine kleine kiste wo richtig viel stuff drin ist das heißt ihr habt ein paint also einen pimsel eine farbsprühdose oder wie auch immer und ganz viel farbe was ihr noch als zweites bekommt ist so ein tresor so eine kiste ist das die könnt ihr ganz einfach ausrüst der adminsheet lautet gfi cheat box 1.0.0 wie ihr gesehen habt bekommt ihr jetzt so ein tresor und da hat es richtig viel stuff drin den tresor könnt ihr auch irgendwo platzieren wo ihr wollt im haus oder irgendwo und er hat richtig viel platz drin das heißt er hat glaube ich 350 plätze drin und wenn ihr so einen habt dann habt ihr wirklich ausgetalkt dann müsst ihr nicht irgendwie so 45 slots kisten machen und ja leute ich hoffe euch hat das kleine tutorial gefallen mich würde es freuen wenn ihr einen daumen nach oben da lässt ein abo würde mich auch freuen und man hört sich im neuen video wieder bye bye